Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft-Packet. Und so. Und so. Nico, welches Packet spielen wir eigentlich? Das richtige. Okay. Das Originale. Das Originale der Originale. Arbeit für Timo! Ja, als ob er die Dings noch nicht... Timo, es ist egal auf wo ich die Anzeige sehe, also ob oben, unten, vorne, rechts, links. Ja, sehr egal. Und die Basics... ...muss ich beide... ach so. Ja, die Basics transportieren das rein und die anderen raus. Pullen das raus. Luca, you must learn the Basics. You must to have... ...halt dein Maul. Woll mal, die Basics tun's? I must to have my Maul? Du alter Gaul. Bist du ein Gaul oder bist du keiner, das weißt du ja erst Bist du ein Gaul, dann halt dein Maul, denn wir dürfen keine Hunde reden Gord in Hausgelau Ich flüstere jetzt mal 5627 Achso, ein Bäcker Ich bin immer noch verrückt nach dir Ich bin immer noch verrückt nach dir Oh mein Gott Sooo Oh mein Gott Der gute alte Andreas Elsholt Doch, ich kann ganz knapp das nicht wissen Ah ne, es war gar nicht der Andreas Elsholt, es war ein anderer Jaja Fuck, ihr habt keine so Chips Dein Liebling ist Florian Silbereisen Sorry gar nicht Schrollt einen Kenn ich nicht, aber ja bestimmt Ich kenn mich gar nicht mit Schlager aus, wenn mein Kumpel kam also an Woher weißt du denn, dass du ein Schlager Typ bist? Ja, weil ich mein so Bist du aufgeflogen, ne? Ich hab geschlussfolgeriert Aufgeflogen bist du? Aufgeflogen bist du? Aufgeflogen bist du? Aufgeflogen Aufgeflogen Ich bin aufgeflogen Ich bin aufgeflogen Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Ist die Frage Döner, Kebab Döner, Kebab Ja, Döner, Kebab Timo, hast du Leder? Timo, hast du Leder? Was schaust du denn? Timo, hast du Leder? Da hab ich mir mal einen Zigeunern von dir Ja, ich schwach Kopf Jo, du Bör Selbst wenn ich der Beste Lübte bist du auch Mein Kopf war aber bestimmt nicht zu schwach für die Situation War sie auch Er war ja auch Timo, immer wenn ich was brauche gehe ich erst zu Jan Wenn er das nicht hat, komme ich zu dir Einfach so nehmen Weil der Weg zu mir weiter ist, ne? Ne, aber bei Jan kostet es nichts Du fragst ja manchmal, was kriege ich dafür Aha Also letztes Mal hast du mir noch nicht mal gesagt, dass du was geschnurrt hast Doch, doch, ich hab dir gesagt, dass ich einen Feuerstein und einen Eisenbarren genommen hab Einen Eisenbarren hast du gar nicht gesagt, du hast nur gesagt, dass du... Doch, das hab ich dann nachgenommen Ja, gesagt Einen ganzen Eisenbarren Tschüss Ich war schon, ich war schon kurz vor Jan und dann hab ich nochmal gesagt, ach ne, ich brauch noch einen Eisenbarren Das hab ich aber nicht mehr mitbekommen Wenn du dich zufällst, dann ist dein Problem Haha, so Haha Ist das so? Ja Tschüss Okay Du richtest mich Dein Döner wohnen Ali Tschüss Jetzt ist Döner wohnen Ali Wo gibt deine Schwester bei einer fetten Salami? Was? Das hat niemand gehört Was? Das hat niemand gehört Kennt ihr nicht? Ich auch mal, ich will hier weg Tschüss Tschüss So ein Vorstuhl sein Ja Ey, kannst du ihn wirklich machen Es gibt so einen Mod, der heißt Remained in Motion Und da kannst du so Blockade bewegen, die aus dem Machen zurückgebaut sind Ja Wirklich? Ja Timo Ich höre schon wieder bla 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 Also ich höre... Erzähl mir mehr Niko ...sachen von Timo Also Wörter von Timo und Niko so einfach Wolltest du nicht aufhören zu reden? Wollte ich das? Ja Schauf mal Er ist doch nicht so schlimm, wenn ich ab und zu rede Doch Oh Okay Denn wie gesagt mute ich mich jetzt Irgendwem, bei irgendwem wird noch der Kopf gleich explodieren So, aber warte mal, ich muss jetzt überlegen Shit Fucky Ich bin fucky, der ist alleine Moment Momnugi Ich bin fucky, der ist deine Momnugi Ich bin fucky, der ist deine Momnugi Du wolltest dich doch muten, Mensch Ist das Nils mal in Ruhe Ja, aber wenn er sich muten wollte, dann mutet er sich dann Ey, ich hab keinen Bock mehr so lange ungemutet zu bleiben Quatsch Nein, ich bin am Fenster vorbeigeflogen Shit, man Also hier wird das alles reingezogen Mein Gott, we- Alter, was war dat denn? Was war dat denn? Ah! Den Block! Den will ich! Den Willi, den Willi Jeder mit dem Willi Da wird das alles rausgezogen Willi, 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 Willi Das brauche ich Shit, ich glaube, das war zu viel Hier, das wird rausgezogen und hier reingebracht Wenn Luca redet, höre ich auch nur so Nicht die Klau War echt zu hoch für die Welt, ne? Ich verstehe schon Ich bin dumm dafür Gut, dass du Bescheid weißt Ja Ja Ist es, wenn ich das so mache, sieht das gut aus? Nee Oh, Alter, das Alter, das schwirrmann Oh Mann, ist mir das peinlich Was ist mit meiner Aussprache los? Alter, das schwirrmann Alter, für dich ist Alter Schon ein Ghetto-Wort Ja, ist es ja auch Alter Alter, bitte Wird uns noch mehr Alter? Ja, weil Nee Okay, Digga kann ich ja vielleicht nur halbwegs verstehen Aber Alter Digga, ist es gerade Du sagst, Timo, hast du nicht auch irgendwann mal so ne Wörter verwendet? Ja, bestimmt Ja Ich wollte eigentlich davon weg Aber es wird eh nichts Oh, Pech aber auch Timo, kann nicht mehr abhängig sein, aber hat ja gut funktioniert So, also Türrahmen ist fertig Mach ich das beim Fenstern auch? Tür und Türrahmen gleichzeitig? Ist nicht wahr Oh ja, das sieht stylisch aus Wobei es beißt sich ein bisschen mit der Fensterbank Ach nee, lass dich so Beißen? Geil Es war die beste Entscheidung, diese Zimmermannsblöcke zu benutzen Ich kann jetzt jeden Block Ich weiß, was dir nie passiert ist Von jeder Seite unterschiedlich aussehen lassen Wirklich? Mach Schluss Ich kann das alles Es gibt auch ein Meißel von dem Zimmermannsblock Und da kannst du dann auch nochmal die Struktur ändern Was? Was? Also sozusagen irgendwas reinritzen oder so in den Block Niemand ritzt sich Das kann was anderes aber Ey, was? Ach so, ja Du weißt es nicht mehr Ach, die kalte Ritze Hier kommen die Dinger rein und hier werden die dann wieder rausgezogen Bäm 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 Okay, und das wird dann mit fettigen Port-Kalbs Geleitet Oh, langsam aber sicher Oh, langsam aber sicher Richtig Richtig Öhlauge Oh, das geht ja viel so Öhlauge Das ist Denkleistung Oh, stimmt Hast du gerade gesagt, das ist Denkleistung Oder habe ich die? Es ist zu verschluckt Ja So, so Schlafen Oder Oder Richtig Luka Halt's Maul Was ist los? Ey, was willst du? Du hast es nicht Ja, sicher Sag jetzt nicht diese Fassadensteinziegel kann ich nicht an Energiekabeln machen Ne Achso, ein Glaswasser? Ey Leute, wir müssen uns übrigens noch bei unserem Block mit S&P-Table hinbauen Aber das können wir machen, weil wir Energie haben Keine Ahnung Doch, ich musste schon schmunzeln gerade Was hältst du eigentlich allen? Hast du dieses Haus jetzt mit Teleportpipes gebaut? Ich verstehe nichts, was? Hast du dieses Haus jetzt eigentlich mit Teleportpipes gebaut, oder? Ne, ja, noch nicht Bisschen Äh, das war's mit einer weiteren Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Tschüss Tschüss